Aus den Zeiten, als ihr selber noch kleine Mädchen wart und dass sie mitgesungen habt, jetzt kommt hier nämlich der Bob Dylan der Skinhead-Szene. Ich möchte an der Stelle erstens, wo ist er, der Tamm von den Dirtens grüßen, dem ich immer noch anbiete, diese Selbstkreation käuflich zu erwerben. Und außerdem bei meiner Freundin, die mir jetzt schon Monate vorhin, dass sie einen Kleiderbügel für mich geopft hat. Danke, Schatz. Gerne. Das ist ja auch, keine Frage. Schämt sie sich ein bisschen, hast du das gesehen, Nenne? Das ist aber wegen mir, nicht nur ein Kleiderbügel. Noch größer. Oh ja, komm, die noch größer. Ich muss da aus, mit der Hände nach meinen Schäden, die noch nicht los. Ein bisschen ruhig, das geht mir auch mal ganz gut Gibt's das volle Fass 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 Und es ist das One and One Und es ist das One and One Applaus für Männer!